Aber es gibt Orte, wo Allah den Islam auflöhnen lässt, wo Allah die Angelegenheit der Muslime und des Islam verbessert. Aber generell wird es immer mehr Richtung abneigen, Richtung Übel gehen. Richtung Übel gehen. Dementsprechend, der Gläubige muss sich wehren, wie der Prophet im Hadith sagte, wehrt die Fitten, die Heimsuchungen, die auf euch kommen werden, wie die Dunkelheit der Nacht, wehrt sie durch Rechtschaffen und gute Taten ab.